Die Massagen, wie teuer ungefähr? Es kommt drauf an, es gibt ganz viele verschiedene. Bei 30 Euro gibt es eine normale Relax-Massage. Dann gibt es schon was für 90. Dann gibt es direkte Programme von unserem Inder, von dem Doktor. Der macht auch so was wie Stoppwechselkur. Der macht ein Gespräch vorher, was man für Probleme hat. Und dann macht er eine Diät, was man essen kann, was man nicht sollte. So typisch Ayurveda dann auch? Der macht direkt auch ein Vorgespräch, ist auch wirklich Arzt. Aber es kostet halt dann schon ein bisschen.